Oh, scheiße, nein, Paco, nein, Paco, nein, Paco, nein, 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 ich brauch doch nur noch ein bisschen. Hallo und herzlich willkommen, eine Runde Bad Wars heute mit dem Paco Eutra und ich kann nicht viel reden, ich muss, ich kann eh nicht viel einsammeln. Meine Teamkampanen nehmen ja alles weg, meh. Verkäuter, sag mal hallo, wie geht's dir? Hallo erstmal. Du, meine kleine Let's-Player-Bitch hier. Mein Kopf ist ein Let's-Player-Bitch. So, ich geh wieder nach links, ja. Hast du schon Blöcke? Oh, der macht das richtig, da ist einer vor mir. Dann geh ich rechts, ich geh rechts, ich hab noch keinen 20. Ähm, nom 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 nom. Warte mal, kauft der schon Blöcke? Nein, der kauft noch gar nichts, dann kauf ich Blöcke. Und arbeite mich nach rechts. 32 reicht das? Ich baue jetzt einfach mehr. Ich hab ihm grad das komplette Eisen geklaut. Ja, ist nicht so schlimm, ich hab hinter dir, ich bin hinter dir gleich. Ähm, ich brauch eh erstmal. Boah, wir hatten echt die Runde davor aufgenommen. Boah, fuck. Ja, die Runde davor war echt geil, ne? Hat echt Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich die jetzt runter schlagen, weil du zigzagweg brauchst, ich hasse das. Nein, muss sein. Ach, das ist mega gefährlich. Ja, muss sein, geh schneller. So, ähm, du Ars. Echt, ey. Guckt euch den paar Keutra an. Was der hier, was der hier wieder abzieht. Ja, wenn dann muss der Klinge kommen. Diese kleine Bitch hier. Ich hab nur 26 Materialien. Achso, wir spielen auf dem Server, wie heißt der nochmal? Cy... 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 Toxics oder so, ne? Ja, ist von links in der Videobeschreibung. Ähm, hier läuft das Bad Wars ein bisschen anders ab. Man bekommt, ähm, direkt eine Währung. Materialien nennt sich das, wenn man, ähm, ähm, Erze einsam mit hier. Also, so, irgendetwas. Wie ihr seht. Ich bekomme 3 für Bronze und 10 für, ähm, Eisen. Und 20 für Gold. Genau. Und Pakotra baut sich schon zur Mitte rüber. Ne, ich bin Goldsang, äh, Materialienpfand. Hat da noch jemand das Weihnachts-Skin da hinten? Kann sein. Und der Vorteil bei dem Server hier ist, dass man, wenn man im Shop geht und irgendwo draufklickt, muss man nicht, ah, ist die ganze Scheiße rein. Genau, ja. Man kann da einfach überhaupt Scheiße in deinem Let's Play sagen. Ja, klar. Du darfst doch Kacke sagen. Code. Nee, Code ist nicht genehmigt. Code ist nicht genehmigt? Okay. Da ist einer bei unserer Eiseninsel? Die haben sich da schon hingebaut. Nee, da hat sich jemand weggebaut. Von der Eiseninsel her. Oh, was. Also, ne? Ich nehm mal die, ich nehm mal Eisen. 150. Ich könnte mir den Billigbogen holen. Nee, Quatsch. Der kostet 250, glaub ich. Ich könnte mir ein Billigschwert holen. Ich geh mir noch mehr Eisen holen. Oh, ja. Ich hab einen roten getroffen. Ich hab einen roten getroffen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr nice. Oh, oh. Die Schüssel. Oh, ich hör, ich hör, ich hör Pfeile. Ich bin recht dauernd. Ich bin recht dauernd. Ich bin recht dauernd. Komm weg, komm weg. Ich bin dein Schutzschild. Das Problem ist, dass ich nix zu essen habe. Hast du Essen? Ich kauf Essen. Ich kauf Essen. Ich kauf ein paar Schnitzel. Ja, sonst hätt ich dir jetzt was ihr holt. Ich hab noch einen Bogen. Achso, ich hab noch. Jetzt hab ich noch. Jetzt hab ich wieder eingesammelt. Ja, das ist egal. Ich hab 15. Bogen. Kann ich mir einen Bogen lassen? Billigbogen, ja. Ah, ich brauch einen mittleren Bogen. Ähm, da ist kein Schnitzel mehr bei mir. Was? Wow. Ist da jemand lang gelaufen? Nein. Gut. Ähm, ich kauf mir einen mittleren Bogen. Ah, ne, ich brauch noch Geld für Pfeile. Du kennst so viel, das ist aber an der Seite. Ähm, 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 ähm. Scheiße, nein. Paco, nein. Paco, nein. Paco, nein. Paco, nein. 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 Ich brauch doch nur noch ein bisschen. Wie viel brauchst du denn? Was brauchst du denn? Ich wollte einen Bogen haben. Einen mittleren. Wie viel hast du? 281. Ich brauch nur noch 20. Du reichst doch. Machst du die mittlere? Ja, ich brauch auch noch Pfeile. Ein Pfeil. Wie viel brauchst du 80? Ich hab nicht genug. Ich hab immer noch nicht genug. Wie viel hast du noch 250? Ich brauch nur noch einen. Nee, brauch ja 300 insgesamt. Ja, gut. Ich hätte ja zumindest noch was. Achso, jetzt hab ich alles. Jetzt hab ich einen Bogen. Ey, wir hatten da... Ich geh mal mit. Ich geh mal mit. Ich geh mal mit. Ich hab einen Pfeil und Bogen. Geld. Und verschwende auch noch das Eisen, weil ich bestimmt sterben werde. Oh, scheiße. Ich hab jemand links von mir gesehen. Wahrscheinlich. Und ich muss essen. Scheiße, nein. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Ich brauch mehr Materialien. Jemand, der auf unserem Eisen ist? Wahrscheinlich nicht. Okay, die hauen ab. Ah, der kommt da lang. Wo? Bei uns? Nee, warte. Ich muss, ich muss, ich muss was essen. Ich muss verdammt viel essen. Du weißt, dass wir schon wieder frei sind. Du weißt, dass wir schon wieder frei sind. Was packt der im Boden rum? Hör auf, im Boden rum zu backen, du Penner. Hör. Aber hat das böse P-Wort gesagt? Nein. Ich hab ihn erwischt. Pasta? Pasta, ja. Pasta. Pasta. Es gibt Pasta. Ich brauche, ich brauche Geld. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche Rüstung. Was brauchst du denn? Welche Rüstung? Alles. Ich brauche die beste Rüstung, die es gibt. Ich brauche 300. Ja. Schluss noch das Goldschiff. Ach, das ist eine TNT-Skin hat der. Kannst du doch mal erzählen, wie gut wir eben waren? Oh, wir waren eben richtig gut, ja. Wir waren zu viert, dann haben zwei sofort aufgegeben, weil ein Team ausgeschieden ist. Oh ja, der ist runtergefahren, sehr geil. Zu zweit komplett überlebt ewig lang. Ja. Und dann haben die sich, glaube ich, von hinten herangebaut. Ganz fies. Was? Ich glaube, die haben sich über die Unsel ausgeschieden gebaut, weil sie nach oben haben wir nicht hingekommen. Wo ist gelb? Das ist grün. Das ist blau. Oh. Oh. Entschuldige Lenny. Ich hätte dir helfen können. Das ist rot. Siehst du mich? Wir haben mehrere Wege zu uns. Oh, danke für die ganzen Materialien. Ähm, Moment. Wir sind gelb. Wir hatten da so komisch gebaut. Ich muss weg. Ja, hier haben die Rüstung. Nein, ich habe nicht komisch gebaut. Keine Angst, ich habe da, wo du gerade bist, das geilste Eisen anziehen. Ich brauche neue Fick-Schnitzel, äh, Schnitzel. Wer lebt denn überhaupt noch? Äh, Rüstung. Ne, bei uns ist noch alles hier da. Ich habe den einen übersehen. Und einen Goldapfel. Und drei Schnitzel. Zwölf Schnitzel. Brauchst du noch drei Schnitzel? Ich habe 17. Okay. Ich habe den mittleren Bogen. Ich habe kein Schwert. Das ist schlecht. Ich brauche es ein bisschen ein. Kostet der große Bogen, 450. Das ist schon noch kein Schwert. Einfaches Schwert ist auch schon scheiße, ne? Ich meine, wir brauchen einfachen Schwert. Oh, das ist einer! Wo? Bei uns? Ach, nie. Sag ich schon. Gänsepte. Einer ist weg. Einer ist weg. Einer ist schon. Der ist beim Bett, der ist beim Bett. Verdammt. Wer ist beim Bett, verdammt. Der ist beim Bett. doch nicht doch der ist mein welt der sind bei unserem bett er ist weg ich habe ihn erwischt wo kam der bitte her die haben den weg zu uns gebaut nee die sind über unseren weg gekommen mann der ist auch hier durch ist auch sofort luni 2.0 hast du sehen was hab dich nun hinein ich habe ich bin nun ich habe 112 ich kann mir nicht nur die aufnehmen achso du luni ich gehe mitte ich habe ich wage es einfach ich bin mit ich bin mit der mitte 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 von der mitte zur schnitte zum frack was ist die frau auch noch so böse weiß sie einfach in die füge der bist du bist die weg nein verdammt ich bin tot scheiße verdammt kacke ah nein alles weg fack 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 wer war denn das wir hatten mich gekillt spitschneckeria ja mach ich ich habe nichts ich hatte schuss sicher drei oder zwei was auch immer das ist die beste rüstung ich glaube zwei sicher drei schutz sicher zwei und schutz drei gibt es gar nicht es gibt noch zwei ich weiß nicht genau 150 normaler bogen einfach du könntest den billo schwert und mann machen wir waren jetzt noch ein bisschen spät ne rush einfach durch ich triffst du ein paar keutra kleine let's play schlampe hier was hast du schon eine rüstung nein ich habe gar nichts mehr ich bin komplett nackig aber ich habe 213 materialien ach so weil ich habe ja auch die schutz 1 rüstung weil ich habe mir gerade die teuerste gekauft haben wir eigentlich eine kiste ok hat das teuerste schwert und die teuerste rüstung aber ich brauche was kommt da gelb gut das ist unser mann du bist unser mann nein der ist grün verdammt 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 ich bin runtergefallen verdammt ab ins void komm sterb endlich die kommen von links bist du ausgerüstet bist du ausgerüstet die kommen die kommen die kommen die kommen verdammt die kommen ich brauche was was kann ich kann nichts ich sehe nichts ich habe nichts ich habe nichts das blaue bett ist kaputt 105 kriege ich noch nichts für das billo schwert kostet 150 verdammt ich muss mir ein bisschen eisen holen verdammt das billo schwert kostet 150 wo ist denn der ist da runter gesprungen ich weiß es nicht die waren bei euch oh da kommt grün der läuft weg wie grün war gerade bei uns die sind bei uns die sind bei uns ja wer ist da unten eigentlich lenny gamer ist unser verdammt was hat der denn bitte für ein scheiß gemacht warum bin ich jetzt runtergefallen da muss mich ja unser wert ist kaputt ich bin kaputt ich bin tut ja okay war es halt einfach mal vielen dank fürs zuschauen mit mir und der let's play schlampe hier tschüss nein paar kauf dran natürlich